mit 40 können wir zehn kommen ja doch 10,3 können wir aufsteigen lassen mit 40 platten das ist natürlich nicht allzuviel jetzt brauchen wir nur noch das gemüse und dann sind wir auch schon fertig mit den hamburgern passt es dahin gehabt es passt sogar hin schön dann haben wir den platz auch noch sinnvoll genutzt das doch schön gut dann brauche ich jetzt keine wege dahinter ist mir zu aufwendig ich klatsche es jetzt einfach irgendwie dahin produktion gestattet so drei stücke zwei stück haben wir schon drei stücke haben wir dann bauen wir noch auf die andere seite noch welche ich glaube wir bauen jetzt einfach mal so sechs sieben stück davon sollte dann eigentlich auch reichen sollte auf jeden fall so und wie viel haben wir fünf noch ein stück noch eins brauchen wir und dafür fehlt uns jetzt was uns fehlt platten aber die werde ich jetzt auch wieder kaufen weil ich kein bock habe darüber zu fahren doch nie auch weißt du was wir fahren einfach darüber und holen unsere eigenen platten wenn du uns nichts verkaufen willst ist mir scheißegal ich habe nämlich meine eigenen sachen ich brauche deine hilfe nicht wir sollten vielleicht auch hier mal die gebäude ausbauen so das hätten wir wir brauchen noch eins oder bauen wir bauen wir vorsichtshalber mal zwei falls wir dann mal irgendwie weil die arbeiten ja auch nicht warte die arbeiten zu wieviel prozent auch nie stimmt die brauchen ja auch umweltbilanz verbrauchen das ja auch stück weit auf jeden fall wir sollten eigentlich jetzt noch mehr so anlagen bauen gestatt wer auf jeden fall ziemlich klug bloß ich will halt nicht unbedingt welche einreißen die jetzt aufgestiegen ist sind und ich muss halt mittendrin einreißen das stört mich einfach an den dingern und nachher reißt man die halt wieder ab und dann stehen da mitten ist da mittendrin nichts einfach gar nichts so 70 prozent nicht mal 80 prozent haben wieder gute machen wir noch da eins hin und so und da haben wir 68 es wird immer weniger was wir bekommen die tags können wir auch mal abreißen eigentlich die kosten uns ja eigentlich eher als dass wir bekommen wir müssen okay wir haben das sogar hochgesetzt und bekommen ziemlich wenig weil da keine wohnen das ist dumm hier wohnen alle und jetzt können wir auch mal alle aufsteigen lassen 42 stück lassen wir uns mal hier drüben aufsteigen ach so stimmt da ist ja gar kein gebäude da steht ja dieses dumme teil warte bringt es jetzt mehr ja stimmt es wohnen ja jetzt mehr leute in diesen gebäuden hier sind die instruktionen stimmt es macht das macht richtig sinn die um diese gebäude aufsteigen zu lassen weil dann ja da viel mehr wohnen und wenn da mehr wohnen bekommen bekommen die viel mehr müll und wenn sie mehr müll bekommen arbeiten sie besser 78 prozent statt 70 und das 88 statt 68 ok das sind sogar 20 mehr ok das hat sich gelohnt würde ich sagen vor allem hierfür die arbeiten jetzt mit 89 prozent solange wir jetzt nicht mehr so viel auf der insel bauen sollte das eigentlich auch so bleiben wenn wir jetzt noch hier wenn wir jetzt 8 warte mal wir brauchen für die jetzt auch platten zum aufsteigen aber wir lassen jetzt auch mal hier außen rum von denen aufsteigen wenn es noch nie jetzt in die platten leer ok hole ich neue sollte ja eigentlich wieder voll sein und wenn nicht dann kaufen wir eben wieder welche doch wir haben 80 platten das ist doch schön fahr da rüber und hat eigentlich der irgendwas interessantes nee der hat auch nichts interessantes schade 40 platten und dann können wir was wo war es ach da wollen sie uns steht stand wieso wollen denn da gar keine mehr aufsteigen weil sie kein burger haben das ist natürlich blöd wir brauchen also mehr bürger aber die frage ist jetzt produziert der bürger zu wenig der ist auf 100 der ist auf 100 haben wir genügend fleisch fleisch haben wir genügend das haben wir genügend wir brauchen einfach noch ein bürger laden glaube ich obwohl eigentlich eigentlich ist es dumm jetzt brauchen wir noch mindestens eins davon passt es denn hier hin nein das passt hier nicht hin wir brauchen mindestens eins davon noch und wir brauchen mindestens eins von den anderen so er ist jetzt vielleicht nicht so schön wenn ich das dahin baue und die freuen sich wahrscheinlich auch nicht gerade wenn ihr essen neben der öl förderanlage produziert wird aber die merken es ja nicht was sie nicht wissen können sie auch nicht demonstrieren okay davon haben wir jetzt noch zwei jetzt sollte es eigentlich genügend sein so habe ich denn alle gebäude aufgerüstet so weit ich kann ich glaube schon die warte jetzt kann ich ja noch mal eins hoch gehen mit den gebäuden dann können sie noch schneller abholen dann sind sie ach okay das hier ist noch gar nicht wie das alles hoch bleibt ist schon cool das können wir noch aufrüsten produktion gestattet das hier können wir noch aufrüsten dass sie drüben können wir noch aufrüsten dass sie können wir sogar noch zweimal aufrüsten und sollten wir auch auf jeden fall zweimal aufrüsten dass sie können wir noch zweimal aufrüsten und sollten wir auch machen und sonst passt ja eigentlich alles das hier könnten wir auch noch aufrüsten müssen wir aber nicht zweimal machen und außerdem ja was brauchen wir noch haben wir genügend bürger wir haben ja wir haben genügend bürger damit wir denen den kurzfristig wieder geben können die aufsteigen lassen können und dann den den bürger wieder verweigern können natürlich so der noch und dann stimmt eigentlich wollte ich ja außenrum aufsteigen lassen das war jetzt irgendwie ein bisschen dumm ich hab's hier bis ganz nach oben geschafft naja fast so ah ok uns fehlen schon wieder her wo ist mein boot ach das steht hier uns fehlen nämlich schon wieder die platten die brauchen wir natürlich um die aufsteigen zu lassen ja wann kommt man schiff da ist es schon so das müssen wir noch abladen und dann wartet wie viel bürger warte mal ganz ganz mal kurz langsam 160 bürger ok wir haben also noch ein bisschen zeit um das ja keine zeit und ich sage hier gerade ich habe zeit also habe ich auch zeit blödmann wir sollten halt auch ähm hier eher an der mitte bauen damit wir wenn wir das finanzzentrum nachher dahin wir haben schon wieder keine platten kann das überhaupt sein wenn wir das finanzzentrum halt nachher dahin klatschen dass sie überhaupt in der reichweite sind meine ich das mein vertrauen in sie gerechtfertigt ist so 40 platten können wir von dem kaufen dann müssen wir schnell weiter aufrüsten so wie viele können denn noch 20 das ist natürlich viel wir haben schon wieder keine platten die gehen weg wie nichts sie können natürlich auch nur äh 10,3 nein warte mit 40 können wir 10, ja doch 10,3 können wir aufsteigen lassen mit 40 platten das ist natürlich nicht allzu viel wie viel haben wir denn jetzt noch 14 die platten sollten jetzt eigentlich reichen gut kümmere ich mich gleich drum wenn ich die aufsteigen lassen habe äh natürlich alles hier natürlich alle hä falsche taste ähm natürlich alle hier drüben damit sie wirklich an dem zentrum dran ist ähm sind und ich wirklich nur eins bauen muss oder vielleicht zwei von mir ist auch das aber halt nicht so viele die müssten wir jetzt eigentlich auch schon bauen können und dann müssten wir nämlich auch aktien kaufen können und dafür fehlen wahrscheinlich platten und eisen eisen produzieren wir ja auch keins geld stinkt nicht der hat ja recht eine halbe million haben wir jetzt und es stinkt immer noch nicht ab einer million stinkt es dann zum himmel aber jetzt stinkt es noch nicht okay ähm das produziert schnell also brauchen wir nur eins nicht haben wir schon wir haben noch ach wir haben schon okay das geht wirklich schnell ungelogen holen wir uns mal wieder platten weil ich will jetzt noch das ähm finanzzentrum da bauen also würde ich auf jeden fall gerne mal bauen mindestens eins sollten wir bauen dann mit damit wir damit wir auf jeden fall die aktien kaufen können und damit nochmal mehr umsatz machen können als die 3000 bilanz die wir jetzt schon ohnehin haben ohne dass sie uns mehr bezahlen aber das dürfen sie jetzt nämlich tun jetzt haben wir fast 4000er bilanz okay ist jetzt kein endlos spiel aber ist eigentlich schon ganz gut für dass das ist eigentlich nur eine mission sein sollte ich darf auf jeden fall nachher nicht vergessen zu speichern weil ich habe das automatisch speichern ausgeschalten ach ja stimmt das ist jetzt bitte was aber ich glaube das kostet gar nicht so viele lizenzen so ähm kein eis und das ist kohle kupfer brauche ich auch nicht öl brauche ich irgendwann mal das brauche ich auch nicht warte mal normalerweise hat er alles außer das was ich halt brauche so wie jetzt halt hat die was ja die hat sogar was so hat die noch mal was bitte ich brauche das unbedingt ich will ich will nicht dass meine maschinen stillstehen gut dann gucken wir eben bei dem kontrahenten nach das ist mir auch egal ja der hat auch was aber ich glaube nee bei dem ist es nicht teurer oder ich weiß es jetzt gar nicht mehr so jetzt haben wir auf jeden fall zwei davon das sollte eine weile reichen kommt darauf an wie viel die prä wie viel die bringen die bringen jeweils 2400 also insgesamt äh 4800 das sollte wirklich eine weile reichen hoffe ich auf jeden fall mal und jetzt sollten wir dann auch das finanzzentrum bauen können ähm ja wir können sogar schon bauen also es geht wirklich richtig warte mal kann ich es drehen ne dann passt es da gar nicht mehr rein ja okay äh können wir denn jetzt aktien handeln oder ja okay der komplette mod funktioniert jetzt gerade nicht habe ich hier vielleicht die installiert ich glaube aber nicht auf jeden fall haben wir es bis jetzt weit gebracht ich würde sagen ich beende jetzt auch mal meine aufnahme und verabschiede mich bis zum nächsten mal tschüss äh 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 o äh Vielen Dank.